120.000 x 120.000, das ist das teuerste was hier gibt in diesem Update. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem K-Programm-Kanal und ja, wie ihr seht immer noch das Springfest hier in der Dortmund und ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es ist ja die zweite Woche jetzt gestartet von dem Spring-Update, von dem Springfest und es gibt ein neues Minigame, das Furniture Friends, ich weiss gar nicht ob das jetzt gerade gespielt wird, ich habe es nicht gesehen, nein, das wird dann gespielt in 10 Minuten, aber egal, das können wir dann auch noch mal kurz spielen und es gibt auch noch neue Pets und neue Items sozusagen, die ihr noch kaufen könnt und sind auch hier in dem Shop, wie schon in der ersten Woche, einfach hier in diesen Shop gehen und ja, dann hier rein und ähm, es gibt dann nachher noch Woche 3 und Woche 4, ja, es gibt noch Woche 3 und Woche 4 und danach müsste es ab, nein, gibt es Woche 4, ähm, ja, es gibt noch Woche 4, es gibt noch Woche 4, ziemlich sicher und ja, ähm, jedenfalls hier haben wir ja vorhin da nichts gehabt, hier links und ähm, ist es einfach das hier gekommen, das schauen wir uns kurz dann an und hier kommt dann in einem Tag, also am Donnerstagmorgen heisst das, ähm, nochmal etwas Neues, die Woche 3 eben, und Woche 4, weiss ich nicht, ob vielleicht hier hinten noch etwas kommt, ich weiss nicht, mal schauen, mal schauen, mal schauen, wie das dann so wird, ähm, jedenfalls hier haben wir ein neues Pad zum einen die Goose hier, das ist einfach eine Gans und die kostet 150 Robux, das kann ich also auch nicht kaufen, dann haben wir hier noch so den, ähm, Sprout Pokestick für 1000 X, das geht sehr klar, sehr gut dabei ist, dann haben wir noch die Flower Card Stroller, den Flower Card Stroller für 800 X, auch sehr, sehr guter Preis, die werde ich mir dann auch noch mal kaufen, mal irgendwann, aber wenn ich ein bisschen mehr X habe, und zum Schluss werde ich mir dann alles noch kaufen, das Update geht ja noch ein paar, ja, paar Tage oder Wochen, ähm, dann haben wir noch den Big Leaf Stroller für 300 X, sehr gute Preise, wirklich sehr, sehr gute Preise hier, ähm, das ist ja nicht mal ein Spiel, für das Spiel, wir können irgendwie 2500 X bekommen, also es ist wirklich sehr, sehr gute Preise hier, ähm, dann haben wir noch den Fernpropeller, nein, 9000 X ist okay, ja, ein bisschen teuer, aber okay, und dann noch meine USB, die Field Maus für 75.000 X, und ja, doch, die finde ich auch ganz gut, ich glaube, die ist auch ultra selten, und ich höre uns dann nachher noch kurz in Neon an in diesem Video, ähm, dann haben wir hier noch so ein Fahrzeug, und, oh, der ist ja mega teuer, Flower Truck, 120.000 X, 120.000, das ist das Teuerste, was hier reibt, in diesem Update, ja, den werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht kaufen, aber, ähm, dann schauen wir uns mal noch kurz die Pads in Neon an, nämlich haben sie ja hier unter, ähm, Springfest und bei S müssen es sein, ähm, ja, mal schauen, hier soll es dann irgendwo sein, Spring, 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 Spring 2023, das Springfest 2023, dann haben wir eben hier noch, den Border, nein, den haben wir schon gehabt, den Border Collie, glaub, hoff, hab ich den schon gezeigt, ich hab den, nein, ich hab den gar nicht gezeigt, ich hab den auch nicht gezeigt, ich hab den einfach vergessen, zumindest in den Shorts weiss ich jetzt, den hab ich irgendwie vergessen, der ist mir runtergegangen, außer kommt auch noch ein Short dazu, mal, dann haben wir noch die, ähm, eben neu hier, jetzt ist die Guss und in Neon leuchtet einfach der Schnabel und die Flügel und die Füße, so in Neon türkis und die Guss ist dran und, ja, finde ich ganz gut, eigentlich gefällt mir noch diese Kombination und auch, ja, in Meganeon, so, dann haben wir noch die Field Maus und die ist legendär, legendär auch sehr gut, das hätte ich nicht gedacht und die Ohren sind dann, und die Ohren, die, die, die Schwanz, die Füße und, glaub ich, die Nase auch noch und die Schnurhärchen hier vorne, glaub ich auch, oder wie die heißen auch noch, ja, in Neon gelb und, ja, also wirklich auch sehr gut, diese Farbe, das gefällt mir auch sehr in Neon und in Meganeon natürlich so und, ja, dann würde ich sagen, gibt's auch noch mehr Neues zu zeigen und, ja, das war's auch für heute mit dem Video, wenn es dir gefallen hat, dann lass mich noch die Glocke nicht an einem Like und ein Abo wissen und kommentiere mal, wenn du die zweite Woche das Springfest findest und die Sachen noch noch, Tschaui!